Hallo, ich heiße Renate. Heute beschäftigen wir uns mit der Textsorte Erzählung. Die Erzählung ist ein Sammelbegriff für verschiedene Formen des Erzählens. Erzählungen sind kurze Texte, in denen wirkliche oder erfundene Ereignisse unterhaltsam dargestellt werden. Man unterscheidet zwischen Nacherzählung, Bildergeschichte, Erlebniserzählung und Fantasiegeschichte. Das Video ist folgendermaßen gegliedert. Im weiteren Verlauf werden wir die Merkmale einer Erzählung anhand eines Beispiels herausarbeiten. Wir schauen uns an, wie eine Erzählung aufgebaut ist, in welcher Zeitform erzählt wird und welche Erzählformen gebraucht werden. Viel Spaß dabei! Kommen wir zuerst zu den Merkmalen einer Erzählung anhand eines Beispiels und der ersten Frage. Wie ist eine Erzählung aufgebaut? Die Erzählung unterteilt sich in Einleitung, Hauptteil und Schluss. In der Einleitung wird der Leser in das Geschehen eingeführt. Genannt werden hier die Beteiligten, also wer ist an der Geschichte beteiligt, die Zeit und der Ort, also wann und wo spielt die Geschichte und es wird kurz erklärt, worum es in der Geschichte geht. Schauen wir uns diese Punkte an einem Beispiel an. Die Überschrift der Erzählung könnte lauten Der Schreck auf dem Weg zur Schule. Worum geht es inhaltlich? Unsere Erzählung handelt von Ben und Hannah, die beide auf dem Weg zur Schule sind. Ben wird dabei vor dem Haus von Herrn Groll von dessen Hund erschreckt. Also, wer ist an der Geschichte beteiligt? Genau, Ben, Hannah und der Hund von Herrn Groll. Wann und wo spielt die Geschichte? Die Geschichte spielt morgens auf dem Weg zur Schule vor dem Haus von Herrn Groll. Worum geht es? Ben wird, als er am Gartenzaun von Herrn Groll vorbeigeht, von dessen Hund erschreckt. Im Hauptteil der Erzählung wird die Geschichte in mehreren Erzählschritten dargestellt. Dabei wird die Spannung der Geschichte wie in einer Kurve bis zum Höhepunkt Schritt für Schritt gesteigert. Schauen wir uns diese Punkte an unserem Beispiel an. Wie sieht der Hauptteil inhaltlich aus? Ben geht auf dem Weg zur Schule pfeifend voraus. Hannah läuft hinterher. Der Weg führt am Haus von Herrn Groll vorbei. Hannah hört ein lautes Bellen und Schreie von Ben. Sein Gesicht ist voller Angst und Schrecken. Der Schluss der Erzählung rundet die Geschichte ab. Hier wird die Spannungskurve wieder aufgelöst und die Erzählung wird beendet. In unserem Beispiel sieht das so aus. Ben wurde von Herrn Grolls Hund erschreckt. Den Aufbau von Einleitung, Hauptteil und Schluss kannst du dir auch so merken. Man spricht hier auch vom sogenannten Mausschema, weil eine Erzählung wie eine Maus aufgebaut ist. Die Erzählung beginnt mit der Einleitung. In einzelnen Erzählschritten steigert sich die Spannung der Geschichte. Am Schluss wird die Spannungskurve wieder aufgelöst. Kommen wir nun zur zweiten Frage. In welcher Zeitform wird erzählt? Die Zeitform der Erzählung ist meist die Vergangenheit, das Präteritum. Außerdem wird noch das Plusquamperfekt verwendet, die Vorvergangenheit. An unserem Beispiel könnte das so aussehen. Nach der Ampel führte der Weg am Haus und dem Gartenzaun von Herrn Groll vorbei, an dem er das Schild Vorsicht bissiger Hund angebracht hatte. Und schließlich geht es noch um die letzte Frage. Welche Erzählformen werden gebraucht? Bei der Erzählung unterscheidet man zwischen zwei Erzählformen. Der Ich-Form und der Er-Sie-Form Bei der Ich-Form erzählst du die Geschichte aus deiner Sicht und bist am Geschehen beteiligt. Bei der Er-Sie-Form hast du als Erzähler das Geschehen nur beobachtet und bist nicht daran beteiligt. Achte darauf, dass du die Erzählform vom Anfang bis zum Ende deiner Geschichte beibehältst und nicht zwischen der einen und der anderen hin und her wechselst. In unserem Beispiel wurde die Er-Sie-Form verwendet. Als er, Ben, pfeifend daran vorbeiging, kam der zähnefletschende und laut bellende Hund von Herrn Groll angerannt. Zum Schluss schauen wir noch einmal gemeinsam, wie die Erzählung vom Anfang bis zum Ende aussehen könnte. Los geht's! Der Schreck auf dem Weg zur Schule Ben und Hanna gingen wie jeden Morgen gemeinsam zur Schule. Ben lief voraus, die Straße entlang und an der Ampel vorbei. Hanna marschierte hinterher. Nach der Ampel führte der Weg am Haus und im Gartenzaun von Herrn Groll vorbei, an dem er das Schild Vorsicht bissiger Hund angebracht hatte. Als Ben pfeifend daran vorbeiging, kam der zähnefletschende und laut bellende Hund von Herrn Groll angerannt. Lautes Schreien, dann ein Hilferuf. Hanna, die circa 20 Meter entfernt war, erstarrte vor Schreck, als sie Ben schreien hörte. Was mochte wohl passiert sein, fragte sie sich. Ben, ist alles in Ordnung, rief sie. Hilfe, kreischte der, gleich beißt er. Sein Gesicht war voller Angst und Schrecken. Hanna rannte zum Zaun. Der Hund hatte nach Bens Jacke geschnappt und ein Loch hineingebissen. Sie zerrte Ben auf die andere Straßenseite. So brachten sie sich in Sicherheit. Puh, riefen beide erleichtert. Da haben wir ja noch einmal Glück gehabt. Sie waren mit dem Schrecken davongekommen. Sie waren mit dem Schrecken. Sie waren mit dem Schrecken.